Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Outlast. Jo, wir sind hier und schauen... Hier geht's nicht weiter, das heißt wir müssen hier lang. Okay. Ach du Scheiße. Für den Wäsche... Wäschschrank werden drei Sicherungen benötigt. Drei Sicherungen. Aha. Oh nein, oh nein, 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 nein. Wieder so eine Scheiße. Okay. Pray for Revelations. Oh! Oh, 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 oh. Was war denn mit denen los? Batterie! Batterie! Verfickte Scheiße! Alter, nein! Verdammt! Drei Sicherungen. Okay. Okay. Ja, schauen wir hier mal rein. Stimmt. Wieso gefällt mir das alles nicht, hä? Kann mir das einer sagen? Oh, Mann. Okay, das heißt, ich muss immer solche... Ah, hier... Oh. Was ist das? Sicherung. Moment, was steht hier? Drive in the nades. Oh, Scheiße. Kann man sich hier irgendwo verstecken? Ah. Okay. Kommt jetzt irgendwer oder so? Warten wir mal eine Minute ab. Oh, Mann. Oh, Mann. Kranke Bild, ne? Okay, ich denke... Na gut, eine Sicherung hätten wir damit. Hey, cool, das speichert sogar. Okay. Das heißt... Nun gehen wir links... ...gehen zu diesem Pray for Revelations... ...Typ. ... Oh, Gott! Oh, nein, 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 nein. Fuck, ich hasse das, wenn das passiert. Jedes Mal. Scheiße. Ja, leck mich am Arsch. Ich bin wieder tot. Fick dich. Okay. Jetzt müssen wir wenigstens hier lang. So, hier lang. So, die Sicherung mitnehmen. Da hätten wir eine schon mal. Verpiss dich, ey. Hier ist wohl die nächste. So, und zu. Okay. Hier muss noch ne... Hier muss auch ne Sicherung sein. Aber wo, 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 wo... Hier, jawoll. Okay. Was ist mit dem passiert? Was steht hier? Invited the wallrider. Oh Gott. Okay. Schaffen wir den letzten? Hoffen wir es mal. Warte mal, ich höre was. Okay, wir schaffen das irgendwie. Genau, die Batterien mitnehmen. Die sind wichtig. Ja, wieso habe ich nicht nachgeladen. Ja, wieso habe ich nicht nachgeladen? Warte mal, ich�ig habe. Warte mal! Na toll, was jetzt? Upstairs? 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 Nein, jetzt muss ich wohl runter, eh? Scheiße! Scheiße! Hallo, Schieb, Schieb, Schieb! Na los, gib auf, gib auf, gib auf, na los, gib einfach auf, komm, 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 Aha, heißt das, ich muss solche, äh, toll, heißt das, ich muss wieder laufen? Hm, ist hier eins? Jupp, aber nichts, das, was ich suche, lauuuuf! Rechts! Das heißt, hier ist, nein, hier kann das ja, ah, fuck! Das heißt, ich muss so wieder, ah, ich muss runter, okay, kein Problem! Das ist ein Schieb! Ah, jetzt weiß ich, wo ich... Ah, hier muss ich lang, genau, hoch mit dir, okay, wo ist der Schlüssel? Wo ist der? Ah, nein, ich muss zur Wäschekammer. Oh, Mann. Na, dann los. Was steht da? Laudry, genau, da lang müssen wir. Nicht hier lang, sondern... Wo ist die nochmal? Hier. Genau. Schlüssel für den zweiten Stock aufgenommen, ja. So. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder zu einem neuen Part Outlast und mit dem Verrückten. Bis gleich, bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020